Hallo Leute und willkommen zurück zu Let's Play 3 Coden 2. Beim letzten Mal sind wir endlich in Tinto angekommen. Und heute wollen wir uns, oder in diesem Part wollen wir uns endlich in der Cloud stellen und ihn endlich fertig machen. Den Typ. Oh, sind durch den Zaun gegangen. Ich glaube er ist hier drin. Ich kann es irgendwie fühlen. Die Macht, äh, die Kraft der Mondruhne. Kann auch da reingehen. Vielleicht ist er hinter dieser Tür. Das sagt mir mein Jagdinstinkt. Okay, los geht's. Fertig, Rio? Okay, los geht's. Okay, los geht's. Ah, oh Gott, da ist Lily und Loven. Ah, ich möchte zurück. Ich möchte zurück zu meinem Vater. Du Idiot, was ist das denn? Braut Nummer 70? Das kleine Mädchen fangen. Ich bin unsterblich. Darum werde ich sie an meiner Seite halten. Bis sie erwachsen ist und sich zu einer Lady entwickelt hat. Sag nicht so etwas Abscheuliches. Und außerdem, warum hast du mich nicht auch gefangen? Werde ich auch eine Braut sein? Das ist doch absurd. Eine vulgäre Frau wie du ist nicht mein Geschmack. Du, ja, du bist... Was? Was zum Teufel ist denn so vulgär an mir? Das ist die Art von Dingen, die ich als vulgär bezeichne, um Himmels Willen. Halt! Lass dir in Ruhe... Hey! Ich komme rein. Ah! Victor, wie bist du hergekommen? Erzähl mir bitte nicht, dass du den Steing-Golem besiegt hast. Halt den Mund, red nicht so daher. Wenn ich nur daran denke, dich zu besiegen, dass ich schon so glücklich... Bin ich schon so glücklich, dass ich Gänsehaut kriege? Du glaubst, dass du mich schlagen kannst mit dem stumpfen Schwert? Vampir, die Strafe dafür, dass du mich gehänselt hast, ist schwer. Ich werde dafür sorgen, dass du es in der Tiefe deiner Seele bedauern wirst. Dass du es in der Tiefe deiner Seele bedauern wirst. Ja, ja, sag's ihm! Star-Dragon-Schwert! Oder ja, ja, sag's ihm! Victor und Rio! Ich werde euch beide in die andere Welt bringen. Natürlich werde ich eure Leichen gut nutzen. Hey, ich werde dafür sorgen, dass du niemals wieder so grinsen kannst. Ich werde dich in Stücke hacken. Dich zermahlen. Dich in der Sonne trocknen. Dich in Stücke brechen. Dich im Boden vergraben. Auf dich pissen. Dann werde ich aus dich ausgraben. Dich herausziehen. Dich langstrecken. Dich herumschleifen. Und dann... Und dann in jedem Fall werde ich das nie vergeben. Du bist vulgar wie immer. Ach, vergiss nicht, dass ich die zwei Geiseln habe. Dieser... Dieser... Kahn! Das war eine hervorragende Vorstellung, Victor. Dank deiner Hilfe sind wir jetzt vorbereitet. Du bist Kahn! Dies ist die heilige Barriere, die die Marley-Familie seit Generationen erforscht hat. Um sie für diesen Tag bereitzuhalten, jetzt kannst du eine Phasenmagie nicht verwenden. Du, du, aber ich habe die Macht der Monddrohne. Dieses Opfer war genug. Darum kann ich die heilige Barriere wegblasen. Oh, mächtige Monddrohne. Das Blut von hundert Männern. Die Seele von hundert Männern. Ich gebe sie dir. Monddrohne, versiegle diese unglaubliche Kraft und lass sie eine Weile ruhen. Nein, nein, das kann nicht sein. Es ist Tyria, die ältere, die Mistress von Coen. Ich werde dafür sorgen, dass du die Runde zurückgibst, die du mir vor 400 Jahren gestohlen hast. Damit der Fluch dieser Runde sich nicht weiter verbreitet. Ich werde es sagen. Ich werde es sagen. Hey, Neklar, es ist Zeit, die Rechnung zu begleichen. Ach, wie lange habe ich auf diesen Augenblick gewartet? Yeah. Du Abschaum. Ich werde jetzt noch nicht besiegt. Ich werde es immer leben. Ich werde es nicht besiegt. 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 Quatsch. Au! Das Nanami in Ruhe. Lass uns Nanami in Ruhe lassen. Oh Gott. Mit der Heilung geht es eigentlich nicht. Los! Nanami, hau mit drauf. Jawoll. Oh Gott! Oh Gott! Nanami, halt aus! Nanami, nein! Oh nein! Alter! Ja, er wird hype, ey! Oh Gott! 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 Das ist doch nicht dein Ernst, Mann! Ah! Typ, Mann! Du Cheater! Alter! Ja, super! Verschwinde einfach! Zerkleinerung. Du, du Abschaum! Ich bin sicher, dass er nicht entkommen kann. Diese Technik, die mein Großvater entwickelt hat und mein Vater an mich weitergab. Sie wird standhalten. Sierra, vergib mir! Bitte vergib mir die Rune! Ich werde sie zurückgeben! Dann mach es rasch! Okay, ja! Es ist vollbracht. Victor, meine Arbeit ist beendet. Mach mit ihm, was du willst. Nein, du kannst nicht! Nein, nein! Meine Familie, meine Freunde, die Menschen, die wichtig für mich waren, wurden alle von dir getötet. Aber das ist noch nicht alles. Du hast die Leben von zahllosen Menschen zerstört. Es ist zu spät, um dein Leben zu betteln. Hier, Star Dragon Schwert! Stürb, Vampir! Stürb, Vampir! Du Dreckskerl! Das bedeutet, endlich! Es ist vorüber! Nun... Nun können wir zurückkehren. Necklord ist tot. Wir haben hier nichts mehr zu schaffen, nicht wahr, Ryo? Also... Und was mit den Mädels da oben? Ja, die Mädels, die haben sich selbst befreit. Und die Stadt ist wieder da. Hallo! Dies wird gebaut, um für die Scheidung des Bergwerks zu beten. Wie diese Figuren hier da aussehen, nehmen nicht viel am Gottesdienst teil. Ich konnte ja schlecht schmieden. Ich konnte ja schlecht schmieden. Ich muss jetzt in das Haus reinigen, oder müssen wir jetzt hier runterlaufen? Hallo, ey, das ist Klaus! Vater! Lilly, du bist unverletzt! Ich hatte solche Angst! Ah, Fräulein Lilly, es ist so gut zu wissen, dass du in Sicherheit bist! Ah, Luven, du bist unverletzt! Schwester Luven! Ihr beiden Idioten, was habt ihr denn gemacht? Ihr seid eine Schande für Mountainland Dragon! Es tut mir so leid. Hallo! Wir haben's geschafft! Lord Ryo! Lord Ryo, du bist unverletzt! Lord Chess hat den Rest der Soldaten von Muse gesammelt und die Zombies ausgelöscht! Ryo, du hast Snacklord besiegt und Tindu befreit! Warum? Warum hast du das wohl getan? Ich will nicht mehr fortlaufen! Ich verstehe! Haus, wegen meiner falschen Einschätzung der Lage, habe ich viele Soldaten verloren. Die letzte Bitte von Annabelle war, dass Muse und der Stadt statt gerettet würden. Aber ich habe einsehen müssen, dass ich diese Verantwortung nicht tragen kann. Ich gebe meinen Sitz als Bürgermeister der Stadt Muse auf. Nach dem Gesetz von Muse ist der nächste Bürgermeister Fitcher. Ich höre, dass Fitcher jetzt der Orange Armee angehört. Du kannst dich auch der Orange Armee anschließen. Lord Chess, was ist mit dir? Ich kann hier nicht bleiben. Lord Chess, ich sage dir dies als Freund, der an deiner Seite gekämpft hat. Du solltest in der Orange Armee auch wieder kämpfen. Lord Ryo und du habt eigentlich die gleichen Ziele. Du solltest dich nicht aus so kleinlichen Gründen einfach fortstehlen. Lass uns zusammen kämpfen. Lord Ryo. Ich möchte dich nur um eines bitten. Äh, denk noch einmal zurück. Lady Annabelle hat dich sehr gemocht. Sie war so glücklich, dass der Sohn von Genkago sie so tapfer entwickelte. Bist du sicher, dass du ihr Vertrauen in dich nicht betrügst? Ich betrüge niemanden. Ich habe an Annabelle geglaubt und bis heute für Muse und den Stadtstaat gekämpft. Meine Wut, Lady Annabelle verloren zu haben, hat sich vielleicht gegen dich errichtet. Jetzt wo Annabelle fort ist, muss ich meinen Gewissen folgen. Lord Ryo, es tut mir leid. Wenn ich dir nicht den nötigen Respekt gezahlt habe, erlaubst du, dass ich mit dir kämpfe? Lord Jess. Ich habe doch schon gesagt, ja, du darfst mitmachen. Okay. Na, rutsch. Und weiter geht's. So, jetzt holen wir uns gleich noch einen Charakter. Und zwar einer der besten, die ihn es gibt. Und zwar steht er hier unten. Da, genau, dieser Mann. Hey, junger Mann. Was ist geschehen? Du siehst so aus, als würdest du dir über etwas Sorgen machen. Wer bist du? Oh, entschuldige, mein Name ist George Prime. Nein, du kannst mich wohl einen reisenden Soldaten nennen. Bist du der Anführer der Arrange-Armee? Äh, ja. Nun, junger Mann, was meinst du? Es kämpfen hart. Nun, es ist auf jeden Fall kein Spaß, nicht wahr? Was meinst du? Willst du mich nicht einstellen? Es klingt zwar merkwürdig, wenn man das von sich selbst sagt, aber ich bin stark. Was meinst du dazu? Wirklich? Oh, natürlich. Stattdessen werde ich dir ein Versprechen machen. Okay. Bis der Kampf zu Ende ist, werde ich mein Schwert für dich schwingen. Als Bezahlung dafür darfst du niemals diesen Kampf aufgeben. Du wirst mir dafür ein Eid schwören. Stimmst du zu? Ja! George! Hallo! Nun denn, Lord Ryo, brauchst du jetzt meine Stärke? Ja, unbedingt! Komm mit! Okay, du kannst dich auf mich verlassen. Ja! Guckt ihn euch an! Level 99! Ja, entweder tut mir leid Sierra oder tut mir leid Humphrey. Aber ich denke mal, tut mir leid Sierra. Du musst leider raus. Tschüss! Du musst noch viel lernen, Mensch! Ha 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 ha! Juhu! Hätten wir nicht einfach auch mit dem Spiegel zurückgekommen. Ja, aber dann hätten wir George nicht holen können. So, darf ich euch bitte George demonstrieren? Ha ha! 280! Wow! Was? Da kriegt doch noch 5 Punkte. Geht das wirklich bis Level 100? Und er hat seine Waffe auf 12. Hätten wir ihn sogar auf seine Waffe auf 13 machen können. So, aber jetzt können wir nochmal einen nächsten holen. Und zwar den lieben Ganjetsu. Jetzt haben wir einen starken Mann dabei. Müsste echt ausreichen. George allein. Da! Eigentlich können wir auch so zurück, oder? Boah. Boah. Können auch so zurück. So, ähm... Was, 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 was? Blub, blub. Saufwind, du... Was? Nein, falsch! Ach. Da muss ich noch nicht rein, in die Höhle des Windes. Das hat sich ein bisschen verschätzt. Ach, Vicky. Mann, oh. War nicht ganz so window. So, hallo. Ich bin Ganjetsu, ein großer Priester. Erzähl mir deine Sorgen. So, du bist halt zurück, Junge. Dann erzähl mir deine Sorgen. Bitte schließ schon unsere Gruppe an. Ich hab so viele Sorgen. Hm. In diesem Fall machen wir einen Wettbewerb. Deine Stärke gegen meine Stärke. Wenn du gewinnst, schließe ich mich dir an. Nun kämpfe. Schiebt! Los, Männer! Los, komm, Männer! Schiebt! Schiebt! Wow, erstaunlich! Ich hab nie gedacht, dass du Ganjetsu besiegen könntest. Ich werde mich dir anschließen, wie versprochen. Beilen wir uns und gehen wir, Junge. Mit mir hast du die Stärke von 100 Männern. Ha, ha, ha. Ach, du bist ja auch schwach. Musst du ihn mitnehmen? Tut mir nicht, Victor. Ah, ich bin auch nicht fertig. Sie muss da auch K sein. Sie muss da auch K sein. Hier, Victor umdringen. Hey, was machst du denn hier? So, du willst etwas Stärkos trinken, das Limonade? Ich bin auch nicht fertig. Timonade-Khan-Jetsu. Nam-Yo-Ring-Yo. Was? Timonade-Khan. Auf Wiedersehen, Junge. So, Humphrey und George, die kommen mit. Die sind tief, kommen die mit. Na, da ist Hauser. Der kann auch kämpfen. Es passt da an, Leon wieder. Woops. Oh, Moshe-Roll. Da ist Rina Oh Rio, du bist es Das ist ja nett zu meiner Schwester Das arme kleine Ding ist so schüchtern Geh weg du So, erstmal speichern Oder schlafen zumindest Speichern können wir auch in den Anderen Raum Guten Morgen Hey Rio, schönes Wobei-Gobst Der hat Käsekrugen Käsekrugen Zum Heilen Wieso nicht? Schmeckt auch Mehlleifel So, gucken wir mal auf unsere Tafel Müsste jetzt schon fast gefüllt sein Oh, was ist denn? Willst du etwas? Oh, die erste Seite ist fast voll Der Teni ist da Äh, der Teni-Stein fehlt noch Mal, woher waren wir jetzt? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Hm Oder nicht? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 10, 11, 12, 13 18, 21, 21, 22, 23, 21, 22, 22, 23, 23 стun Räne Bolしました 3 3 3 4 4 5 5 5 6 5 6 7 8 8 8 8 9 9 9 100 Uns fehlen noch 8 Leute Ist das nicht toll? Das ist toll 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Leute Wir haben es fast wieder geschafft Wahnsinn 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 Ups Hey China Was machst du denn hier? Willkommen Shu wartet oben auf dich Ich glaube er hat einen Plan Er hat wieder diesen Ausdruck im Gesicht Was? Wie? Moment erstmal speichern Dann müssen wir erstmal Cut machen Das heißt wir müssen aber Wegen der Zeit Wegen der Zeit müssen wir Cut machen Aber wir haben 100 Leute Juhu Noch 8 Leute Dann haben wir die 108 Sterne Yes Zum zweiten Mal Ich würde das immer wieder machen Um das Ende zu bekommen Ja ok Leute Dann geht es beim nächsten Mal weiter Also dann Machts gut und haut rein Ainda Na Gülie Ja Bye T underscore W Two